Wir sind Nordberliner alle und deshalb mögen wir das natürlich hier. Wir kommen hier aus der Nähe, die Tanten gewalkt sind, ich mit meiner Mama und meiner Schwester mitgelaufen bin und so wurde es zum Familien-Event. Eine sehr familiäre und tolle Atmosphäre. Die Atmosphäre war natürlich auch exzellent, das hat man ja eigentlich nur im Pronaulauf. Sie ist sehr abwechslungsreich, verschiedene Untergründe, ein bisschen herausfordernder, was ich persönlich ganz gerne mag. Wir sind nächstes Jahr wieder dabei. See you. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.